Das kann ich mir nicht leisten noch in meiner Ausbildung. Ja. Ich mache Ausbildung zur Erzieherin und ich verdiene ja nicht. Ach so, ja. Und... Ich kann die Füße hoch. Nächste tolle Chance. Oh Gott, ich bin müde. Sorry, danke. Soll ich weiter filmen? Ich weiß nämlich nicht, wie es alles geht. Wie viele Pferde stehen eigentlich hier? Weiß ich nicht. Nö, ich meine hinten ist noch ein Stahl. Vor allem ist noch ein Stahl. Ich bin schon von den Boxen umgebaut. Ich habe keine Ahnung, wie viele insgesamt noch stehen. Uff, süß. Nein. 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 Was ist? Das ist ein Zirkuspferd, ne? Hm? Hat es Klappstoff an. Wie denn? Auf dem roten Knopf?